leute willkommen zu city skylines 2 ja leute es hat eine weile gedauert gebe ich zu hat zum einen grund dass ich ja mit anderen noch ein bisschen beschäftigt war und eigentlich noch bin also ich weiß dass da die speicher statt muss gerade überlegen also jetzt auch nicht spoilern also dies auf jeden fall in bau und danach wollte ich ja eigentlich auch schon aufhören ich muss mal gucken wie lange wir da noch weitermachen das war der eine grund das andere 1404 lp und der andere grund die bescheidene performance in der mit der das spiel erschienen ist die war auch bei mir ich habe ja nicht mehr ganz modernen pc der jetzt auch nicht so stark ist die war bei mir ziemlich bescheiden aber mittlerweile muss ich sagen es geht ich werde euch mal die einstellungen einblenden die ich festgesetzt habe kleine info ich habe die nicht selber ausgetüftet die sind von einem anderen youtuber ich werde euch den short mal in die video beschreibung packen ja ich habe schon mal zwei städte angefangen einmal hier und einmal hier habe ich auch noch mal jetzt geladen mit den einstellungen wie angeguckt sieht ganz okay aus und läuft auch ganz okay 30 fps ich denke gut braucht man jetzt nicht unbedingt mehr bei einem aufbau spiel als die zeit beim scrollen besser aus aber ich denke damit sollte man erst mal klar kommen also auf jeden fall ist es keine ruckel partie mehr so wie vorher weil da habe ich auch zum teil echt gesagt nee das da will ich kein video mit machen das ist zu ruckelig und das warten hat noch einen vorteil und zwar ist eine neue map rausgekommen korallenüberfluss da habe ich gehört die map soll ziemlich eben sein das hat mich speziell bei der map von der zweiten partie gestört dass die relativ uneben war kann ich euch auch ein bild von einem länden ja und das war auch schon im ersten zeit eine katastrophe wenn da eine unebenheit war aber da soll es einigermaßen okay sein gut dann würde ich sagen schauen wir mal rein wir müssen noch ein paar sachen einstellen ich jetzt mal meinen lieblings städtenamen breiten ich feiere den namen richtig so thema würde ich erst mal europäisch ganz gerne nehmen wir können auch auf amerikanisch umstellen als zumindest bei einzelnen gebieten so links verkehr das noch mal weg naturkatastrophen finde ich ein bisschen störend ehrlich gesagt ich habe auch noch eine partie in anno 1701 am laufen und da ist auch zwischendurch mal ein wirbelsturm gekommen hat mir zwar nicht ganz so viel zerlegt aber es war schon nervig darauf zu achten dass keine schiffe kaputt gehen und wenn eine insel trifft was dann auch kaputt geht also das war naturkatastrophen weg alles freischalten ich möchte nicht so zugemüht werden also step by step und unbegrenztes vermögen ich mag so ein bisschen mit sachen zu haushalten so habe ich sagen gehen wir mal rein so da sind wir nun ja so gefällt mir das ist ziemlich eben ich erkenne so keine unebenheiten höchstens minimale so ist gerade wir haben hier das war ich denn hier ja alle gewohnheit mit der rechten maustaste die kamera bewegen so wir haben 47 erfährst ungefähr ich hoffe das läuft jetzt einigermaßen mit der datei das heißt mit der aufnahme passiert nichts so jetzt muss ich gerade mal überlegen als erstes wo wir uns ja kümmern müssen ist strom und wasser strom möchte ich gerne so machen langfristig möchte ich erneuerbare energie nutzen aber zum anfang müssen als erst mal die fossilen nutzen so der luftverschmutzung sehen war die windrichtung geht nach da als auch mal hier entdecke vielleicht das kohlekraftwerk wir gar nicht mal so schlecht ich werde mal ein paar straßen ziehen ich mache das mal so ich ziehe die straße einmal dann mache ich hier so verschiedene äste so dann setze ich hier einmal das kohlekraftwerk hin da war bis zu engmaschig gebaut gut macht nichts machen wir den straßenzug einmal weg so das geile ist ja hier wir werden strom und wasser über die straßen verteilt also die leitungen liegen in den straßen drin aber wir können strom exportieren das sehe ich gerade da müssen wir aufpassen rundwasser haben wir ansonsten können wir uns das hier auch noch weg holen weil ich was ganz gern so das wasser hole ich mir aus diesem vorkommen und das abwasser leite ich dann in den fluss ok jetzt ziehe ich jetzt mal die hochspannungsleitung nämlich ruhig komisch aber ich finde das irgendwie geil hier so eine leitung lang zu ziehen einmal so weil der überschüssige strom wird verkauft ganz ehrlich nennt mich gestört aber ich finde es geil mir so eine leitung anzugucken wie die drähte hier so also die kabel durch die landschaft führen ok strom haben wir dann müssen als nächstes hier in die ecke können aber diese große straße bauen das einmal so muss ja sagen ich wäre es ein bisschen skeptisch als ich das gehört habe dass die verteilung hier über straßen läuft aber so muss ich sagen ist das ganz angenehm im ersten teil müsste ich jetzt noch eine hochspannungshaltung ziehen das fände ich dann nicht mehr ganz so geil hochspannungshaltung für nur ein gebäude ok wir haben strom wir haben wasser dann ich mir hier noch mal so eine hauptstraße dann mache ich jetzt so ein paar verbindungen ab so und ich würde ganz gern die straße noch upgraden einmal zack jetzt haben wir zwar so einen hässlichen knick hier drin aber ich denke das ist verschmerzbar hier mache ich den kreisverkehr hin mal schauen wie lange das reicht aber in unserer stadt noch so klein ist sollte das eigentlich kein problem darstellen so die industrieabgase werden weggeblasen das gut aber auf den lärm das war ja auch noch aufpassen soll ich sagen sicher auch meine straße lang und dann klar war hier die ersten wohngebiete rein ich würde sagen vergegenüber liegenden seite mache ich schon mal hier die strenge für gewerbe ich würde jetzt einfach so gerade die hauptstraße einmünden lassen also ich mache das so mache hier mal 400 meter und dann gucke ich mal hier ist jetzt ein knick drin das mal so ein bisschen triggert er mich schon ich mache den mal weg wie sieht das jetzt aus aber ich denke mal lassen okay als zebrastreifen ist ein bisschen nervig aber arbeiten können wir glaube ich noch nicht ne ne hier die sachen können wir noch nicht machen müssen wir den erweiterten straßendienst für freischalten aber wir sind noch nicht so weit weil der zebrastreifen trägt euch schon ein bisschen und kann unter Umständen später auch den verkehr aufhalten aber gut machen es mal weiter auf der gegenüberliegenden seite dann gewerbe und industrie ich will doch noch ein bisschen weiter straßen machen besten ohne die masten zu zerstören ja so ist gut heißt was ich mache die leitung direkt unterirdisch ich mache direkt auf dem ganzen stück nach unten dann können wir die auch schön gerade durchziehen so wir haben gebiete ausgewiesen bei industrie fehlt noch als halt immer hier industrie machen dürfen wir halt das grundwasser vorkommen nicht mehr verwenden weil das wasser dann kontaminiert ist ein wort möchte ich noch zum stromsystem verlieren ich finde das geil dass wir das jetzt eingebracht haben dass hier also es gibt einmal niedrig strom und niederspannung und hochspannung heißt das dass man bei beiden leitungen nur eine bestimmte leistung hat man ich kriege keinen satz auf die kette mein gott also dass jede leitung nur eine gewisse leistung hat und man da so ein bisschen planen muss also ich kann hier maximal 40 watt an die gesamte stadt abgeben und wenn es ein bezirk gibt wo nichts mehr ankommt müsste ich dann umspannwerk hin bauen und damit der hochspannungsleitung hin also dass man da jetzt auch so ein bisschen auf acht muss finde ich cool so da würde ich mal sagen dass mal laufen soll die ersten gebiete entstehen schon moment aber ich kann ich noch nicht mehr nee kann ich nicht aber müsste gleich soweit sein bei strom können wir erst mal drosseln auch ab was habe ich vergessen okay machen wir das noch schnell fließrichtung ist entscheidend die richtung kann das sein ich kriege die pfeile irgendwie nicht richtig gelesen er kommt jetzt das ist jetzt einfach mal das abwasserrohr hierhin da schreiben wir schon den ersten meilenstein frei jetzt müssten wir auch zugriff auf die stadtwirtschaft haben so schließt mal das kackrohr an wer nicht doch ja gut straßen anbindung brauche auch nicht das ist gut so müssen mal gucken ja die ausgaben sind noch höher aber ich habe das bei einer partie gemerkt irgendwann erreicht man den breakeven point also quasi der punkt ab dem man gewinnen macht okay aber die sachen kann man auch nicht einstellen also dass man nur bauen und halt den strom exportieren das bringt uns ja auch ein bisschen geld so wir haben schon nachfrage nach dichte mache ich erst mal hierhin später werde das noch so ein bisschen trennen wobei ich muss gucken wie ich das mache so müll entsorgen ist relativ wichtig da würde ich hier in die ecke gehen aber auch das ist ja keine dauerlösung der wird einfach nur irgendwo hin zu kippen irgendwann werden verbrennen oder wieder verwerten je nachdem was er geht so klatsch war hier die deponie hin okay ich habe das recht weggeklickt jetzt hier drauf kann aber nichts machen ach so hier war schon mich am wundern okay jetzt habe ich wieder so jetzt haben wir eine fläche ja ich muss mich da noch mal ein bisschen eingewöhnen ich habe es auch seit es rausgekommen ist nicht besonders viel angerührt das spiel eben wegen der performance probleme es hat mich so ein bisschen abgeschreckt sollte sich hier mal jetzt eine klinik hin dass das in der gesundheitsversorgung geregelt kriegen da freuen die sich und friedhof brauchen wir auch zack hat sollte die zufriedenheit etwas nach oben gehen also der abzug für schlechte gesundheitsversorgung ist zumindest schon mal weg so habe ich mal hier reingucken was wir machen können kreisverkehre straßendienst wollte ich gern machen den mache ich jetzt auch dann kann ich die ampel und zebra streifen löschen hier unter anderem so hier sind ja hier sind jetzt auch weg nach einer reinkreuzung möchte ich auch gern weg haben wobei hier können die vielleicht erst mal bleiben er kommt hier dass ich die erst mal hier machen die glaube ich schon eher sind aber die ampel die mache ich weg da stehen sie nämlich schon obwohl nichts in die quere kommt so hier auch weg die ampel können wir erst mal komplett vergessen brauchen weiß man nicht die bohne ups nicht gut aber wir nur einstellen gut die werden nicht abgerissen so erfahren schon die ersten lkw sind das industriegebiet die verteilen sich jetzt von der straße hier auf die äste ja dieses ast system das werde ich später noch sehen was ich damit meine also in die richtung geht das es gibt eine hauptstraße dann eine hauptstraße runter quasi und dann nebenstraßen früher habe ich das so gemacht ich habe einfach so ein block genommen und dann quasi drum herum gebaut als ist so kreisförmig gewachsen aber das ist in city skyline glaube ich nicht so gut man muss daran denken dass der verkehr so ein bisschen verteilt werden will ich will mal gerade gucken wie es mit dem strom jetzt aussieht ok die hochspannungsleitung die erst mal für den export zuständig ist ist noch lange nicht am limit und mit der niedrigspannung wie sieht es damit aus hier wird eingespeist da war noch ein bisschen puffer und was ich gefeiert habe als ich das zum ersten mal bemerkt habe die häuser haben ja hausnummern also es gibt straßennamen die sind ja auch irgendwann im ersten teil dazu gekommen dann haben wir noch hausnummern also das fand ich echt geil muss ich sagen will schon mal gucken was ich als nächstes mache wie ist die parkplatz situation ok reicht aber noch ich glaube wasser aufbereitung ist das nächste was sie macht es gab doch beim wasserrohr upgrades die frage ist mache ich das oder mache ich warte ich bis die aufbereitungsanlage freigeschaltet ist ich glaube ich warte ja leute dann würde ich auch schon sagen danke fürs zuschauen in der ersten folge city skyline 2 ich bin mittlerweile optimistisch ich war so ein bisschen zögerlich wegen der performance aber mit dabei macht die ganz guten eindruck und an sich rein mechanisch ist das auch ein geiles spiel ich habe bock ich sage danke fürs zuschauen ich bin raus tschau tschau